Herzlich Willkommen zu einer geführten Meditation. Um dir es dir ermöglicht, Stress abzubauen und einfach mal zu entspannen. Vielleicht hast du deine bevorzugte Meditationshaltung bereits eingenommen oder bist gerade daran, dich einzurichten. Du hörst die Nachtanwendung. Nach der Meditation wirst du allmählich sanft einschlafen und durchschlafen. Doch lass uns jetzt starten und in den Zustand der absoluten Entspannung gleiten. Nimm dazu einen tiefen Atemzug und atme dann einfach mal aus, deinen Alltag, deine Anspannung. Einfach weg damit. Und gleich noch einmal tief einatmen. Und mit dem Ausatmen alles Belastende loslassen. Innerlich langsam frei werden. Es ist gut zu wissen, dass du dich auf dieser geführten Meditation komplett entspannen und deinen Stress einfach loslassen kannst. Einfach mal sein, diesen Moment der Entspannung ganz für dich geniessen. Zu wissen, dass du es dir verdient hast, hier und jetzt tiefer zu gehen in den Zustand der absoluten Entspannung. Wenn du deine Augen noch nicht geschlossen hast, so kannst du dies nun tun. Es ist völlig okay, wenn vielleicht jetzt noch Gedanken in deinem Kopf kreisen. Das muss dich nicht kümmern. Sie werden im Laufe dieser geführten Meditation kleiner und kleiner und der Grad deiner Entspanntheit grösser und grösser. Du musst nicht einmal viel dafür tun. Konzentriere dich einfach auf deinen Atem. Auf die Musik, die dich vielleicht in ganz neue Sphären führt. Und auf meine Stimme, die dich in den Zustand der absoluten Entspannung begleitet. Und sollten dich deine Gedanken doch wegtragen, dann komme einfach wieder zurück zu dieser Musik und meinen Worten. Und während du allmählich bei dir ankommst, kannst du deine Aufmerksamkeit weiter auf deinen Atem richten. Spüren, wie es dich atmet. Wie du deinen Atem einfach nur beobachtest. Und wenn du magst, kannst du deinen Atem nicht nur beobachten, sondern für einmal bewusst steuern. Atme dafür tief durch die Nase ein. Halte den Atem kurz an. Und atme dann langsam durch deinen Mund wieder aus. Genauso. Wiederhole dies nun ein paar Mal und spüre die Erleichterung, die sich mit jedem Atemzug in dir verbreitet. Einfach durch die Nase einatmen, den Atem kurz anhalten und langsam durch den Mund ausatmen. Entspannung einatmen. Anspannung ausatmen. Genauso. Du kannst dich nun ausruhen. Einfach mal sein und von allem loslassen. Und wenn du nun zur normalen Atmung zurückkehrst, kannst du beobachten, wie es dich atmet. Dein Körper darf sich immer mehr und mehr entspannen. Und vielleicht bemerkst du bereits, wie sich dein Atem immer mehr beruhigt und allmälig tiefer und langsamer wird. Ganz automatisch. Einfach geschehen lassen und tiefer gehen. In den Zustand der absoluten Entspannung. Ist es nicht gut zu wissen, dass diese Zeit hier und jetzt ganz dir gehört? Dass du diese Zeit ganz für dich geniessen kannst? Und ist es nicht schön zu erkennen, dass dich dein Unterbewusstes an diesem Ort, zu dieser Musik und diesen Worten geführt hat, um einfach mal abzuschalten und runterzufahren? Dich einfach mal zu entspannen und einfach zu sein, bei dir und dieser entspannenden Musik. Verfolge für einmal ganz bewusst die Musik, die dich in diesen wundervollen Zustand der absoluten Entspannung begleitet. Wie die Töne sanft in dein Gehör fliessen. Wie die Schwingungen leicht an deinen Ohren kitzeln. Und wie sie deinen Kopf und Teile deines Gehirns in eine ganz, ganz feine Schwingung versetzen. Versuche, jeden einzelnen Ton bewusst wahrzunehmen. Die kleinen Facetten. Die feinen Unterschiede. Und stelle dir vor, wie es wäre, wenn du bewusst wahrnehmen könntest, wie diese Schwingungen ganz langsam und fein durch deinen Körper fliessen. Und dabei die Disharmonien in deinem Körper beginnen, sich zu harmonisieren. Wie dein Körper, ja, wie dein ganzes Wesen beginnt, harmonisch zu schwingen. Wie sich die Dinge wieder ausgleichen können. Wie deine Gedanken ruhiger werden und du mit der Musik immer tiefer in diesen wunderbaren Zustand der absoluten Entspannung gleitest. Wie diese harmonischen Schwingungen immer mehr durch deinen ganzen Körper fliessen und allmählich beginnen, Blockaden aufzulösen. Ganz subtil. Ganz entspannt. Bemerke, wie diese Schwingungen, Altes, Verbrauchtes aus dem Körper lösen und wegtragen. Und wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Wie die Dinge immer mehr und mehr in Ordnung gebracht werden. Wie du einfach sein kannst. Auf dem Klangteppich fortgetragen wärst. Dorthin, wo du schon immer hin wolltest. Genau so. Einfach mal sein. Dich selbst. Treiben lassen und erkennen, dass Entspannung ganz leicht sein kann. Dass es dein natürlicher Zustand ist. Und während du einfach mal bist, kann dein Kopf frei werden. Frei von all den Lasten, die dich so kopflastig gemacht haben. Und auch dein Hals kann sich jetzt entspannen. Kannst all das, was du dir aufgehalst hast, loslassen. All die Worte, die dir im Laufe der Zeit im Hals stecken geblieben sind, können nun gehen, sich auflösen und davonziehen. Spüre, wie befreiend das wirkt. Auch deine Schultern können sich nun entspannen. All das, was so schwer auf deinen Schultern lastet, kannst du jetzt loslassen. Kann dir den Buckel runterrutschen. Und spüre, wie auch das einfach so befreiend ist. Und auch deine Oberarme können sich entspannen. Auch deine Ellbogen entspannen sich. Das Ellbügeln hat nun ein Ende. Einfach bei dir sein. Im Frieden und in Geborgenheit. Und auch deine Hände können sich entspannen. Kannst allen die Hand reichen. Und so kann sich nun dein gesamter Oberkörper einspannen. Deine Wirbelsäule richtet sich auf. Und du kannst mit aufrechten Brücken durch die Welt gehen. Selbstbewusst und stark. Und wenn du dich auf die Beine konzentrierst, so können sich auch diese immer mehr und mehr entspannen. Deine Oberschenkel. Die Knie. Denn ab heute kann dich nichts mehr in die Knie zwingen. Du gehst deinen Weg aufrichtig und authentisch. Und auch die Unterschenkel entspannen sich. Und auch die Schienbeine. Brauchst dich von niemandem an dein Schienbein treten zu lassen. Denn du weisst, wer du bist und was du kannst. Und so können sich auch deine Füsse entspannen. Mit der inneren Gewissheit, dass sie dich tragen, auf dem Weg zu dir selbst. Und dass all die Lasten aus deinem Leben zuverlässig in den Boden abgeleitet werden. Zurück zur Mutter Erde. Und während du so da sitzt oder liegst, dich immer mehr und mehr entspannst, dieses Gefühl der Erleichterung geniesst, dich auf deinen Atem fokussierst, auf die Musik und auf meine Stimme, die dich begleitet, können Bilder oder Gefühle entstehen, wie du unter dem Vordach eines wunderschönen Holzhauses verweilst. Eine atemberaubende Naturlandschaft umgibt dich. So viel Grün, so viel Ruhe, so viel Entspannung. Du fühlst dich einfach gut. Spüre, wie beruhigend die Szenerie auf dich wirkt. Wie du tief durchatmen kannst und einfach bist, während du mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Es ist angenehm warm und langsam beginnt es zu regnen. Tropfen um Tropfen, immer mehr und mehr. Es ist ein beruhigender Regen, so angenehm, ein Regen, der alles reinigt. Wie im Sommer, wenn nach einem schönen, warmen Tag ein wunderbarer Regenschauer neue Klarheit bringt. Rieche die frische Luft. Betrachte die Pflanzen, die durch den Regen getränkt werden. Und beobachte, wie alles wieder erstarken kann. Du hältst nun deine Hand unter dem Vordach hervor in den warmen Regen und spürst diese angenehmen, wohltuenden Tropfen, wie sie deine Handfläche benutzen. und du dieses wunderbare Gefühl, dieses warmen, angenehmen Regens einfach geniesst. ist es nicht schön, einfach mal zu sein? Zu lauschen? Zu fühlen und zu erleben? dieses schöne Holzhaus hinter dir, das schützende Vordach über dir, die wunderschöne Natur um dich herum und dieser warme, klärende Regen. Und aus diesem wunderbaren Gefühl heraus entscheidest du dich, einfach mal unter dem Vordach hervorzutreten. einfach in diesen warmen, klärenden Regen zu stehen und zu geniessen, wie die Regentropfen in deine Kleidung benutzen. Spürst du schon dieses wohltuende, befreiende Gefühl? Wie es beginnt, alles von dir abzuwaschen, das dir anhaftet. Wie es dich reinigt. All diese Gedanken einfach weggewaschen werden und du allmählich wieder rein wirst, klar sich da hältst, wie schön durch die ganze Natur das Leben um dich herum und in dir drin ist. Wie du mit jedem Tropfen mehr und mehr entspannen kannst und gleichzeitig stärker wirst und auftanken kannst. Es ist gut möglich, dass sich auch eine Art Glücksgefühl in dir ausbreitet, dass du spürst, wie glücklich du sein kannst, alles losgelassen zu haben, damit du dir wieder erleichtert und entspannt Klarheit verschaffen kannst. Einfach innerlich die Gewissheit zu haben, dass dieser Zustand der Entspannung der Zufriedenheit und des Glücks dein ganz natürlicher Zustand ist. Dass du aus diesem Zustand dieser Klarheit heraus die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Entscheidungen, die es dir ermöglichen, entspannt und zufrieden durchs Leben zu gehen. Denn dazu bist du da. um mit Leichtigkeit diese Aufgaben zu erledigen, für die du gemacht wurdest. Du trittst nun wieder unter das Vordach ins Trockene und wickelst dich in das schöne, flauschige Tuch, das auf diesem bequemen Schaukelstuhl für dich bereit liegt. Es wird dich trocknen und wärmen. Und wenn du magst, kannst du es dir am Schaukelstuhl so richtig gemütlich machen. Die wunderbare Natur noch ein wenig geniessen und dich einfach wohlfühlen. Tiefer gehen in den Zustand der absoluten Entspannung. Wundervoll. Einfach sein und tiefer gehen. Loslassen und genießen und genießen genauso entspannen in den Zustand der absoluten Entspannung. Entspannung genauso einfach loslassen und tiefer gehen träumen entspannen gemorgen und zufrieden und genau so und die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020